Tja, leider ist unsere Moderatorin gerade verhindert. Der ist ein bisschen schlecht und deswegen mache ich das jetzt hier mal weiter. Im Grunde haben wir eh überhaupt nichts mehr so richtig am Start für die Sendung. Die meisten Sachen haben wir schon gezeigt. Wir haben noch ein paar alte Werbespots aus den 80ern. Die haben wir noch mal neu aufgelegt und wir hoffen, dass wir da auch ein bisschen Warte reinkriegen für die Sendung und wir möchten auch mal wieder so ein bisschen neues Equipment. Ich meine, diese Art die Platte hier, diese komische Klappe sehe. Da denke ich mir dann auch. Also irgendwie geht es ja nicht. Insofern bitte machen wir jetzt mal Werbung und... Leiden Sie auch so unter Arbeit? Fühlen Sie sich auch oft so matt und schlapp und müde? Haben Sie auch so Kopfschmerzen und Verspannungen und Ruhelosigkeit und Depressionen? Dann kann ich Ihnen nur empfehlen... Ich weiß nicht, was Ihnen diese nette Workaholikerin empfohlen hätte. Ich empfehle Ihnen. Entspannen Sie sich. Genießen Sie das Leben. Sehen Sie es positiv. Sie fragen sich, wie soll das gehen angesichts dieses Stresses, dieser Mattheit und Müdigkeit und Depressionen? Hartz IV hat mir auch geholfen. Seitdem habe ich zwar wenig Geld, aber alle Zeit der Welt. Hartz IV. Die Freiheit nehme ich mir. ... ... ... Vielen Dank.